BVB trennt sich von Favre. Paukenschlag nach dem 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart. Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Lucien Favre. Das bestätigte der BVB. Beim nächsten Spiel gegen Werder Bremen wird Favres bisheriger Co-Trainer Edin Terzic an der Seitenlinie stehen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man bis Saisonende mit ihm weitermacht. Favre, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, war seit zwei Jahren im Amt und muss jetzt nach zwei Vizemeisterschaften gehen. Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat die Kritik der Ultras Gelsenkirchen an der Vereinsspitze erneut teilweise zurückgewiesen. Er habe kein Verständnis, wenn ein Einzelner herausgepickt wird und dann verantwortlich gemacht wird, insbesondere im Fall von Alexander Jobst, der einen überragenden Job in seinem Bereich macht und sicherlich zu den Allerbesten zählt, die es auf dem Gebiet in der Bundesliga gibt, sagte Schneider in der BILD am Sonntag. Teile der Fans des Tabellenletzten hatten die Klubführung zu personellen Konsequenzen aufgefordert und besonders Marketingvorstand Jobst angegriffen. Wofür ich allergrößtes Verständnis habe, ist für den von den Ultras oder anderen Fans geäußerten Unmut über die sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Monate, sagte Schneider. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hofft auf ein Duell mit Jürgen Klopp im Champions-League-Achtelfinale. Wir hatten mit Inter Mailand und Real Madrid zwei Mannschaften, die mit Borussia Mönchengladbach eine Geschichte haben. Dann ist Liverpool der dritte Verein, mit dem Gladbach eine große Historie verbindet, sagte Eberl im aktuellen Sportstudio des ZDF. Dementsprechend würden wir uns alle Liverpool wünschen. Die Borussen hatten 1978 im Halbfinale des Europapokals gegen den späteren Gewinner FC Liverpool verloren. Klaas-Jan Hünteler spielt die letzte Saison seiner Karriere. Ich werde aufhören, sagte der 37 Jahre alte Ajax-Stürmer bei Fox Sport. Nach der laufenden Saison wolle er sich eine Auszeit nehmen und vorerst auf die Familie konzentrieren. Beim 4-0-Sieg am Samstag gegen Zwolle hatte der Ex-Schalker seinen ersten Startelf-Einsatz in der laufenden Saison und erzielte seinen 150. Treffer in der Ehredivise. Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks einen starken Pre-Season-Auftakt hingelegt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler kam beim 112 zu 102 gegen die Milwaukee Bucks in 16 Minuten auf 13 Punkte und 7 Rebounds. Damit war Kleber gemeinsam mit Superstar Luka Doncic bester Werfer bei den Mavericks.